1, 2, 3! Das war ne Arschbombe! Das war ein Rückklatscher! Jetzt Zuschauer! Voll aufm Arsch ging das! Voll aufm Arsch ging das! Voll aufm Arsch ging das! Die Leute, die Leute, die sitzen alle auf der Wanne! Maaßen, du Schifffahrzexperte, ruhen sie die Steine! Hallo! Da hinten sitzen Leute auf der Wanne und sie gucken auch alle! Die haben so viele? Ey, die kommen her, ne? Ja, alle Kleider! Was ist das für einer? Ja, die kommen alle, die gucken alle von den Kämpfingwagen und allen Scheiß! Kommen wir her oder gucken? Jetzt! Picken wir es an der Kante! So, jetzt aber feiern! Oh, da ging das zum Arsch! Ah, ging das aufm Rücken! Ja, jetzt ist zu spät! Das stimmt! Können wir das jetzt klären! Jo! Das war die Polizei, dann könnt ihr euch aufklären! Ja! Das war die Arbeit! Ja! Das war die Sicherheit! Jo, danke! Und deine Doppelung! Hahaha!